Hallo zusammen. Der Krieg in Palästina läuft, die Massaker in Gaza erreichen uns stündlich und jeden Moment, so heißt es, wird vielleicht die Bodenoffensive der Israelis ausgerufen, mindestens aber in den nächsten Tagen. Wir sehen Lügen ohne Ende. Erst heute ging groß rum, dass 40 Babys der Israelis geköpft worden wären von Hamas. Stelle sich schnell heraus, dass eine komplette Fake ist. Sogar die israelische Armee musste es zurücknehmen. Wir sehen Lügen ohne Ende über angebliche Gräueltaten, von denen sich dann jeder distanzieren müsste und dann sagen müsste, ja gut, bei solchen Gräueltaten, da akzeptieren wir dann auch die vielen, vielen tausend Zivilisten, die gerade in Gaza massakriert werden. Und damit das nicht passiert und damit es einen Unterschied macht, müsst ihr euch einsetzen. Ihr, wenn ihr eine kleinste Reichweite nur habt und ich meine damit, egal ob ihr 100 Follower habt oder 100.000, ob ihr Comedian seid oder ein Kochshow betreibt in Instagram, spielt gar keine Rolle. Geht raus, nutzt euren Kanal, wenn ihr einen habt oder unterstützt Leute, die einen haben und sprecht die Wahrheit. Sprecht die Wahrheit aus. Und diese Massaker, die wir gerade sehen, sind eine Wahrheit im Gegensatz zu dem, was Hamas vorgeworfen wird. Und eine weitere Wahrheit ist, dass verhindert werden soll, besonders bei uns in Deutschland, dass ihr die Wahrheit sprecht. Wir sehen massenhaft Demonstrationen pro Palästina, Solidaritätsbekundungen, Stände, wird alles reihenweise verboten. Natürlich mit dem gelogenen Hinweis auf Antisemitismus, so wie auch momentan alle Masken der Heuchelei in Deutschland fallen. Absurdeste Vergleiche angestellt werden und gleichzeitig tatsächliche Vergleiche, wie beispielsweise mit der Ukraine und was man damals in der Ukraine gesagt hat, nun plötzlich für Palästina überhaupt nicht mehr gilt. Ich werde dazu gleich ein Video im Anschluss machen, dass das zweite Video wird schon hochgeladen sein, wenn ihr das jetzt gerade hier seht. Und dann brauchen wir die Stimme derer, die sagen, es ist mir egal, auch wenn Deutschland versucht, Angst einzujagen. Und sie versuchen es massiv. Nun haben mehrere Juristen und Politiker darauf hingewiesen, wenn ihr Palästina unterstützt, dann unterstützt ihr ja vielleicht auch Hamas. Und Hamas ist eine Terrororganisation. Und eine Terrororganisation zu unterstützen, ist nun mal eine Straftat. Und wenn ihr keine deutschen Staatsbürger seid, dann könnten wir euch ja vielleicht ausweisen oder euren Aufenthaltsstatus erschweren. Auf jeden Fall könnt ihr dann nie wieder Deutsche werden. Überlegt es euch genau, ob ihr eure Stimme für Palästina erheben wollt. Sie wollen euch Panik machen. Sie wollen euch Angst machen. Sie wollen alle einschüchtern. Und es gelingt ihnen teilweise. Ich habe so viele Statements gesehen von Muslimen, die Reichweite haben, die erbärmlich waren. Die waren einfach nur erbärmlich. Und sogar die, die erbärmlich waren, wurden dann auch noch angegriffen, weil sie nicht einseitig genug waren für Israel. Eine schlimme Erbärmlichkeit ist, wenn man sagt, ich verurteile die schrecklichen Gräueltaten der Hamas, aber ich verurteile auch das Töten der Zivilisten in Gaza. Ich bin gegen die Ermordung aller Zivilisten und ich möchte Frieden. Das ist absurd. Wenn ihr so etwas schreiben wollt, dann lasst es. Dann lasst es. So etwas braucht man nicht. Denn damit stellt ihr eine. Erstens, ihr übernehmt einfach das Narrativ, es hätte Gräueltaten gegeben, obwohl wir nach und nach jetzt immer mehr merken, dass es gelogen ist. Und all die Informationen über Gräueltaten stammen von Israel. Ja, Hamas behauptet das Gegenteil. Alle stammen von Israel. Und mehr und mehr dieser Geschichten entlarven sich jetzt als Lüge. Das ist schon mal Nummer eins. Aber Nummer zwei, ihr stellt eine Symmetrie damit her. Zwischen dem Besatzer und dem Besetzten. Zwischen dem Unterdrücker und dem Unterdrückten. Und immer wenn ihr beide auf eine gleiche Stufe stellt. Der, der alle Machtmittel hat und der, der gar keine Machtmittel hat. Der, der seit Jahrzehnten unterdrückt und der seit Jahrzehnten unterdrückt ist. Dann stellt ihr euch damit automatisch auf die Seite des Unterdrückers. Es geht gar nicht anders. Wenn ihr also so etwas schreiben wollt, um euch selbst abzusichern, dann lasst es. Dann schreibt lieber nichts. Und es gibt so viele Muslime wie auch Nichtmuslime natürlich, die denken, sie würden etwas Gutes tun, in Weisheit und Klugheit sprechen und schreiben noch mehr Verderben als das. Ihr sollt nur nichts Kopfloses schreiben. Ihr sollt mit Verstand schreiben. Wir sind Team Wahrheit. Das ist das Nummer eins. Wir sind nicht Team Palästina. Wir sind nicht Team von irgendwas anderem als der Wahrheit. Aber die Wahrheit ist in diesem Fall vollkommen klar. Ein Missverhältnis, ein absurdes Verhältnis zwischen einem Unterdrücker, der jetzt all in geht und versucht, in einem Großkrieg das Thema ein für alle Mal zu beenden. Wir haben gerade eben, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon ein paar Stunden her bei euch, habe ich Netanyahu gehört. Und ganz wie sie gesagt haben, sie wollen wirklich Gaza vernichten. Sie wollen Gaza platt machen. Sie wollen Gaza, Zitat, in eine Zeltstadt verwandeln, dass es dort keine Gebäude mehr geben soll. Was für größere Verbrechen gibt es denn als diese? Und wir leben in einem Land, das den Verbrecher unterstützt. Und dann wird immer gesagt, ja gut, Hamas ist ja eine Terrororganisation. Ich habe dazu eine Frage. Muss ich als Privatbürger, Bürger dieses Landes Deutschland, der ich doch das Grundgesetz genieße und die Freiheit, die Meinungsfreiheit, die mich schützt vor einem übergriffigen Staat, muss ich das Narrativ übernehmen, dass Hamas eine Terrororganisation ist? Ist Hamas eine Terrororganisation? Ja, wenn ich nach der Liste gehe, es steht in der EU Terrorliste. Also per Definition ist es eine Terrororganisation. Aber muss ich mich dieser politischen Liste auf Wunsch Israels entstanden, hinzugefügt, muss ich mich dem anschließen? Muss ich mich dem anschließen, dass ich sage, die Widerstandsaktion der Hamas, die Israel so sehr überrascht hat, und nein, ich nehme mir nicht die Verschwörungstheorie an, dass das ein Plan Israels war. Nein, dafür spricht tatsächlich immer weniger und fast gar nichts. Es war eine Riesenüberraschung. Es war ein großer militärischer Erfolg. Muss ich mich dem Narrativ anschließen, dass das ein Terroranschlag war? Abgesehen davon, dass es inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt und natürlich kein Terroranschlag war, sondern eine gut geplante, Monate oder Jahre lang durchgeplante Aktion. Muss ich also sagen, Hamas ist eine Terrororganisation? Und wenn ich das nicht sage und zurückweise, darf ich mich dann nicht mehr auf meine Meinungsfreiheit und meine eigene Abwägung und Entscheidung berufen? Muss es dann bei mir eine Hausdurchsuchung geben? Muss meine Kamera mir hier genommen werden? Muss ich drangsaliert werden dafür, dass ich mich nicht dem Narrativ angeschlossen habe, welches momentan überall von links und rechts und Mainstream sowieso herausgeposaunt wird? Wenn es so ist, ja, dann kommt. Dann kommt, dann macht eben die Hausdurchsuche. Nehmt die Kamera weg, macht, was ihr wollt. Aber dann beruft euch auch nicht auf Meinungsfreiheit oder Demokratie oder Menschenrechte oder dieses ganze Gedönst, wo ihr, deutsche Regierung, deutscher Staat, jedes Recht sowieso verloren habt, darüber zu sprechen. Also, in diesem Sinne, habt keine Furcht. Viel schlimmer, als wenn man kleinig, harmlose Drangsal, das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Palästinenser erleben. Gar nichts, kann man gar nicht in einem Satz erwähnen. Wenn ihr solche Drangsalen erlebt, dann ist das nichts. Aber wir machen damit das, was wir machen müssen. Und wir können etwas machen und die Wahrheit verbreiten. Und wenn das keinen großen Effekt hat, weil wir nur sehr wenige sind oder nur eine sehr kleine Reichweite haben, dann ist das nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist das zu tun, was wir tun können, mit Verstand in einer vernünftigen Art und Weise, die wir selbst persönlich ertragen können und die der Wahrheit dient und das Wahre überprüft. Denn es gibt so viele Fakes auch in die andere Richtung, die nicht korrekt sind und überprüft werden müssen. In diesem Sinne bitte ich jeden, der kann, sich einzusetzen in dieser Zeit, die wahrscheinlich nicht nur eine Wendezeit ist für den Widerstand gegen die Apartheid und das Apartheid-System Israel, sondern wie es sich aktuell entwickelt, könnte es eine Wende für die ganze Welt und auch für uns in Deutschland sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.